Hallo, hier bin ich mal wieder und heute möchte ich noch die letzten Aufnahmen von Niki zeigen. Denn heute ist der fünfte fünfte und sie wäre heute genau zwei Jahre alt geworden. Wir haben noch eben diese zwei Videodateien, die im Zuge von Bauer sucht Frau entstanden sind, einmal mit DJ Etsy und einmal mit Inka Bause. Und ich habe lange hin und her überlegt, ob ich sie veröffentlichen möchte, aber ich finde sie eigentlich zu schön, um sie nicht zu veröffentlichen. Jetzt seht ihr nämlich hier, DJ Etsy kam zu uns her, als wir mit Niki da unterwegs waren und fragte, ob er ein Foto mit ihr machen kann. Und in dem Zuge ist es dann auch entstanden, dass wir ihn dann im Rückzug gefragt haben, ob er vielleicht kurz eine Begrüßung für unseren Kanal aufnehmen müsste. Da wussten wir ja noch gar nicht, wie das alles mit Niki endet. Aber ich hatte diese Dateien auf jeden Fall noch und ich möchte sie euch auch gerne zeigen. Ich meine, jeder von euch weiß, dass Niki leider mittlerweile von uns gegangen ist, aber ich fand es einfach zu schade, sie nicht zu zeigen. Deswegen möchte ich sie euch jetzt eben gerne noch zeigen und ich hoffe, dass ihr Spaß damit habt und dass ihr einfach auch an diesem Tag euch kurz drei Minuten nimmt und an Niki denkt. Denn für uns ist dieser Tag natürlich ein wichtiger Tag und wir denken alle an sie und ich sehe es so einfach als kleinen Rückblick. Viel Spaß! Okay, ihr seid jetzt drin. Ihr seid drin, ja? Hallo meine lieben Freunde, mein Name ist die Jelzi. Der Geri ist heute, wo sind wir hier, in Göttingen? Göttingen, ja. Göttingen und ich habe da was ganz, was, ganz, was Liebes kennengelernt heute. Das ist die Niki und die Niki ist, wenn man sagt, man sagt Pferd, aber es ist ja wirklich, ich habe glaube ich nur einen Haufen voll Herz, ja, weil es ist so lieb, also richtig lieb. Also so, also schau her und ich sage einfach nur danke, dass ich Sie heute kennenlernen durfte, ja. Ich habe ein bisschen gesprochen, ich kann leider nicht erzählen was, aber es hat mir echt richtig Spaß gemacht. Wir sagen vielen Dank für die zwei Laufungen. Ja, was heißt, danke dir. Geh mal auf der Zier, geh mal auf der Aste gehen. So. Aber Schmerzen hat sie nicht wegen dem leisten Luftschaden oder so? Nee, Schmerzen hat sie gar nicht, die kann auch ganz normal laufen, aber die Beine müssen halt noch pfältiger werden. Wie alt ist sie denn eigentlich? Jetzt ist sie ein Jahr, drei Monate. Ach so, Junge? Ja. Was ist das? Aber die Kinder müssen jetzt jeden Tag mit ihr zwei Waldrunden rennen bei uns. Er ist da, die Kraft. Ist auch ein Kalb. Ja, das ist süß, oder? So, ihr seid jetzt drin, ne? Ja. Ich habe Inka gefunden. Ja. Und ich habe noch ein Geschenk für sie. Und zwar nämlich eine Niki in der Hinsicht. Warte, 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 warte. Oh, danke. Damit sie unsere Niki nicht so schnell vergisst. Nee, die werde ich gar nicht nie vergessen, aber ich danke euch ganz herzlich für das Geschenk. Und vor allem danke ich euch, dass ihr sich Niki kennenzulernen durftet. Sie ist ja wirklich ein Schatz und ich würde euch am liebsten wegnehmen. Aber wenn ihr weiß, dass ihr sie genauso lieb habt, ist das natürlich selbstverständlich. Und du darfst dich auch an mir schuppern, das ist völlig in Ordnung. Und das macht mein Hund auch immer. Ciao, danke. Tschüss. Tschüss, danke. Tschüss. 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 Tschüss.